Audionachrichten sind praktisch. Sie sind schnell aufgesprochen und angehört. Die privaten Dinge soll aber keiner mitbekommen. Wer sich in bestimmten Situationen mehr Diskretion wünscht, kann diese auf zwei Wegen bekommen. Berlin, dpa-tmn, Sprachnachrichten bei Messängern sind ein kontroverses Thema, die einen lieben, die anderen hassen sie. Ein Gegenargument ist, dass man sie nicht überall hören kann, schließlich soll nicht jeder die privaten Dinge mitbekommen. Abhilfe schaffen Kopfhörer und eine Handy-Funktion. Wer die nicht dabei hat, hat aber noch eine andere Möglichkeit, das Handy nach dem Start der Sprachnachricht ans Ohr zu halten wie beim Telefonieren. Dann werden die Audio-Mitteilungen über den Lautsprecher an der Oberseite des Smartphones wiedergegeben. Das funktioniert etwa bei Apps wie WhatsApp, Trima, E-Message oder Signal, allerdings nicht unbedingt bei allen Handy-Modellen. Manchmal unterscheiden sich auch die Jus und Android-Versionen im Funktionsumfang. Nutzer können die Funktion beispielsweise in einem ruhigen Moment testen. Unterhaltung beginnen.